Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play von Earn to Die 2. Ja, wie ich auf die Idee gekommen bin, ich hatte eben schon von, ähm, von Clash of Clans, so, hatte eben von Clash of Clans ein Video hochgeladen, äh, nicht hochgeladen, gemacht, aber das wurde irgendwie aufgenommen, weil ich die Aufnahmen nicht stoppen konnte, da dachte ich mir, toll, und, ja, da hab ich mal ein paar Spiele, ne, da dachte ich mir, ne, das sind alle Spiele, da hab ich grad keinen Bock drauf, und da hab ich mal Playstock, glaub ich, ja, euer und Twilight 2 gefunden, das wollen wir jetzt mal spielen, natürlich die Story. So, guck mal uns mal hier an. Ja, natürlich sehr groß, nicht weil er von Zombies wegläuft, ich hätte da schon Angst, wenn es denn echt schlimme Zombies geben würde. Hm, ich brauche ein Auto. Der klaut der jetzt bestimmt. Oh, hier gibt's ja ganz andere Autos, als es es sonst bei Earn2Dive für ein PC gibt. Und PC hätte ich ganz andere Autos. Ich höre hier erstmal die Plattformen. Oh, da macht's zu schreien. Oh, die Tank langen halt aber ziemlich lang. So lange wie wir gerade unterwegs waren, weil wir einmal nur gekauft hatten. mal gucken was es aussieht der die gibt oh ein schöner oldtimer lieferwagen mit zwei Euro Uwe ja wie Lambo in die Kante Uwe die Gälder heute ist auch 18 wenn Feuerwehr mit dem geht es bestimmt ab Mist ich kann kein Benzin kaufen Ups Ich sehe ich muss mal hier die Story durchgespielt haben und erlaubt haben habe ich mindestens 70 Folgen davon gemacht höchstens kann das Auto kaputt gehen Lohr Spannte ich würde sagen wir fahren jetzt erst mal auf Dom und sparen G-Left damit wir uns auch nachher davon gönnen können und ja Tobokopf manchmal Dicke Probelle. Was haben wir nämlich bis hier in Spicke spart? Gott hat mich schreit auf Spacke. Das ist kacke, da der Tank immer so schnell leer geht. Schütz einfach auf den Upgrade. Kommen wir uns auch mal. Uh, das sieht gut aus. Ah, der säbelt dich schön durch. Höh, der schützt ja nicht. Ja, das ist ja doof. Ah, ne, das finde ich immer geil, der ganze Auto kann auseinanderfallen. Ich dachte jetzt nur, der Schutz kann abfallen, aber das kann auch ne Schwelle abgefallen vom Auto hier. Was ist das hier? Ist gerade abgefallen. Mal gucken, was die Zeit sagt. Ach, sechs Minuten erst. Wir spannen jetzt mal nur und dann mal das Gewehr. Tag sechs. Ich glaub, jeden Tag, jedes Let's Play machen wir 15 Tage. Also machen wir jetzt noch neun Tage. Bis wir dann ja 15 haben. Ja, so machen wir noch. Ja, so machen wir noch. Und dann haben wir noch die, ach, sechs Sachen. Dann haben wir noch die acht Stück da. Einmal. Die Zeit. muss man hier mal in die Garage gehen was ist denn das keine Ahnung oder nee wir machen immer 10 und ups i wir machen immer 10 und dauert dazu der zu langsam habe ich gerade gemerkt an einen tag danach es geht kaputt jetzt habe ich das kaputt gemacht ja er kommt sogar in 9 in 12 dann nochmal so immer zehn unten müsste dann immer also zehn minuten seiner netz player machen wir einmal zehn minuten netz play der schöne berg flippen wir leider keine punkte für ja man auch ganz schnell die waffe hier ja man auch ganz schnell die waffe hier bis zum nächsten mal tschau